Wir haben den weltweit modernsten Allergietest entwickelt. Mit Hilfe unseres Alex Allergy Explorers ist es möglich, für mehr als 99 Prozent der Patienten im ersten Schritt die richtige Diagnose zu erstellen. Das wird den Gesundheitssystemen helfen, nachhaltig Kosten zu sparen. Wenn man nach nur zwei Jahren Entwicklungszeit auf einem internationalen Kongress gesagt bekommt, dass man schon der neue Goldstandard ist, dann bestätigt das sehr. Der Umzug in das neue Silo Plus Gebäude hat uns ermöglicht, unsere Betriebsstätte wesentlich zu erweitern. Wir können hier neue Arbeitsplätze schaffen und die nächsten Jahre weiter wachsen. Unser Vermieter hat vom Beginn des Projekts an uns geglaubt und hat uns bei Planung und Vertragsgestaltung und Sonderwünschen hervorragend unterstützt. M Witcher 2 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017